Schönes Eingeschaltet, Habts und Showdown. Bin dabei, jetzt noch Ragoon und der Chat, hallo. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Was hast du gesagt? Was, Knockelbrock? Was ist denn, was ist denn Knockelbrock? Ist da was Schwedisches? Hört sich an wie ne Möbelsorte. Der Knockelbrock, ach scheiße, ich hab wieder kein Feuer dabei. Fuck, nein. Oh nein, können sie mal kurz dem Feuer laufen? Ach scheiße. Ach, warte, ich mach hier eben so. Hallo, ist der Feuer? Ich hab ne Bärenfalle. Geht da drauf? Ja, hier ist ne Laterne. Ja, dann nimm du die. Ja, warte, die ist nicht mehr da. Ach so. Hätte ich ja nie überlebt. Die Mücken hinmischen. Da oben ist noch eine. Es brennt. Es brennt. Kommt alle raus. Temp aus. Keine Ahnung, was macht das denn mit meinem Hirn? Kenn ich. Knockelbrock. Hm. Ach so, da ist der Hinweis. Da ist ja noch ein Hive. Geil. Äh, wo ist die denn? Hallo. Vollein. Da oben. Ähm. Ja. Die Herringstage oder Weeping? Das ist gerade was vom anderen Bus rüber. Ich würde sagen, Harrytage. Ab zu den Herringstagen, weil da kommen wir wenigstens noch an der Kutsche vorbei. Hört sich ein bisschen an wie ein Schnaps. Der Knockelbrock. Der Knockelbrock. Der Knockelbrock. Da hört sich ein bisschen an, als ob du ein paar Schnaps so viel getrunken hast und wolltest Brockhaus sagen oder irgendwie sowas. Naja, aber Knockelbrock hier. Aber sonst. Ich weiß nicht, der Knockelbrock. Ich glaube, ich habe auch Paketverluste. Im Spiel? Ja, ich glaube, ich kriege da nämlich die ganze Zeit nämlich diese Cheddar-Scheiben da oben hin. Ach so, ne, die habe ich nicht, aber trotzdem ist mir so komisch geruckelt. Hm. Na, ich bekomme die Cheddar-Scheiben. Okay. Mal orange und rot. Ja, kann sein, dass halt irgendwas mit dem Server... Das kannst du die nicht leisten. Äh, da rennen welche. Hm. Der ist über die Brücke gerannt von links nach rechts. Jetzt ein Knockelbrock, ja. Scheiße, wo ist der hin? Der Boss ist auch hier. Äh, dann weiß ich nicht, wo der hin ist. Äh, dann weiß ich nicht, wo der hin ist. Äh, jetzt hätte ich mal einen Baseballschläger haben müssen. Warst du ein Baseballschläger? Ja, der macht so viel Spaß. Echt? Mhm. Habe ich jetzt in der jetzigen Folge so schön mit aufgeräumt. Kann man sich erst mal angucken auf YouTube. Ausrufezeichen YouTube? Das Fenster ist zu. Was ist das denn? Ach so. Da wollen wir ihn im Starkregen. Okay. Das Fenster ist zu. Soll ich da aufmachen? Da ist offen. Hä? Ich versuche den Hinweis noch zu bekommen. Weil der ist ein Eventhinweis. Na komm. Ist dort. Hm. Ich habe das Gefühl, die sind dann nicht mehr drin, oder? Ich glaube ja auch nicht. Hallo. Ich sehe hier oben, Köln. Ich bin mal kurz rein und gucke, wie ich der Boss noch hat. Naja. Ja, da ist keiner drin. Au. Dann hat einer irgendwie links rumzulaufen. Dann hat einer aufgemacht auf den. Was? Vielleicht sind die da hinten in dem Raum drin. Oh. Versuch mal außen rumzukommen. Dann hat drüben leider echt nichts Sinn. Die Tür ist zu. Äh. Äh. Ich glaube auch nicht, dass die da sind. Also schon, dass die noch da sind. Aber nicht da, wo ich vermute. So. Und spreite wieder da rum rum. Wo könnten die sein? Nein. Ich gehe hier am besten im Nebenraum, würde ich sagen, da. Mhm. Oh Mann. Ich bin ein Baseballschläger jetzt. Der Boss ist gerade bei mir. Okay. Ich probiere mal mein Glück. Ich gehe mal gucken. Ich bin ein bisschen lauter bei mir. Damit... Ich komme hier nicht rüber. Scheiße, ich muss auch aufstehen. Ich bin nicht erschrocken. Äh, die sind hier nicht. Alter, habe ich mich erschrocken. Der Boss aber mal neben mir. Wat? Ich bin oben. Ich bin oben. Scheiße, welche Etage? Ganz oben? Ganz oben. Ganz oben. Okay, das sollten die brennen. Ja, das ist wohl nicht ganz oben da oben brennst. Aber der kriegt keinen Schaden. Also ich meine, ich habe den ganz oben gesehen. Ja, ich habe den... Bei der zweiten Treppe. Zweiten Leiter oben. Ja, da oben drin ist. Hä? Hä? Ja. Jetzt nehmen wir gleich Dynamit hoch. Warte. Ich werfe mal Dynamit hoch. Oh. Ja, für Zwischenitasse ist er schon mal nicht. Der muss ganz oben sein. Oder wie hoch geht denn das da noch? Oh. Hä? Auf. Was? Alter, ich war hinter der Tür. Dankeschön. Hallo, Boom. Draußen ist auch noch einer. Hallo. Von links. Äh, rechts. So, her? Oh, her? Oh, her? Auf Metall. Oh, warte mal. Bei mir? Hab ich einen? Über mir! Ach, Mann, ey. Ich bin so dumm. Oh, komm so der! Oh, komm so der! Oh, komm so der! Hau ab! Was? Ich dachte schon da oben. Ich hab mich geschrocken. Oh, jetzt hab ich gedacht, ich bringe einfach mal runter. Ist der echt da runter gesprungen? Ich hab... Ich dachte, das ist noch... Das ist noch neuer. Ich hab mich gesprungen. Ah, aber sehr gut. Egal. Scheiße, warum haben wir da kein Headshot? Ach, Mann. Sehr gut gemacht. Danke. So. Ist der jetzt frei hier mal? So, ist frei. Wir können looten. Mann, ey. Ähm. Kann die vor Waffen? Scheiße. Der hat ja auf jeden Fall, äh, Slug drin. Wo ist der? Komm her! Aua. Oh. Hallo. Ah, jetzt. Alter, ich seh nix. Okay, ist noch weiß. Ich hab grad gesagt, ich hätte draus neben gehört. Okay. Oh, Moment. Wo sind die anderen eigentlich? Ähm. Könnte es sein, dass die vielleicht rüberkommen? Die sind bei Ash. Ich guck mal kurz, ob ich ein paar Fallen finde. Ja. Hm. Oh, ich hab eine. Eine ganze. Äh, da wollte ich hin. So. Äh, ja, die stehen vor der Tür. Hm. Mh. Bist du doch, rennst du da oben rum? Was? Nee, über Metall. Ich bin draus. Ich bin gerade über Metall gelaufen. Komm schon. Ich hab die Fenster hier dicht. Außer da, wo du jetzt bist. Die Tür ist noch offen. Da war oben einer im weißen Haus. Hm. Ja. Abnitt. Im weißen Haus drin? Nee, der war draußen. Das ist dann da vorne. Ach so. Ja, das ist ein Icon-Video. Ja, das ist ein Icon-Video. Das war, das war an der Zeit, ne? Ja, ich glaube, ich habe auch die meisten Aufrufe gefühlt auf meinem Kanal. Was? Links oben, direkt oben am Fenster, haben wir einen Headshot gegeben. Ich habe nichts gehört. Links am Fenster. Links, dann links. Ja, ja, da klein was offen ist. Da. Da war der. Hey? Wann? Wo kommt die das? Wo kommen die Verlehrer? Ich habe keine Ahnung. Nicht von mir. Von mir auch nicht. Scheiße, ich muss mich schnell hier. Der wird wieder geholt. Der ist ganz unten. Scheiße, da kannst du nicht durchgucken. Nee. Guck mal schnell. Hä? Ich sehe nur noch einen auf 330. Draußen. Aber das stammt dann aus Bounty, bevor es gar geklaut wird. Oder so. Hier unten, hier unten mal eine Falle gewesen. Danke nochmal für die Falle. Ui. Ach so, der ist da hinten. Cool. Da loot ich die jetzt erstmal. Ich glaube, der kommt. Ja. Ich loot hier trotzdem. Aua. Hat mir die. Ups. Hat Nils. Deinen Treppen. Der ist tot. Er ist tot. Hä? Was passiert hier? Warum? Ist der jetzt an der Blutung gestorben? Ich hoffe es. Ah, nee. Ist runtergehüpft dann noch. Ach, lol. Okay. Ich dachte, der ist auch irgendwo reingelaufen auf einmal. Ja, gut. Der war noch am Bluten. Ja, okay. Nee. Das ist ja... Nee, ich dachte jetzt auch so. Was war das denn für eine Aktion? Egal. Du, nee. Nimm mich gerne. Die andere ist da unten am Rad. Wenn du unten am Rad reingehst. Hm. Warte auf, ich hab dann... Nee, du musst ja noch tiefer. Ach so. Ja. Wie so Hamster. Hui. Hä? Ja, dann will ich doch mal sagen, gehen wir doch mal um... äh, raus. Irgendwann. Ja, gehen wir raus. Ja, schön gemacht. Äh, ach so. Ist nur ein Kürbis gewesen. Ich dachte, das wäre Dings. Nachschub. Das war nur ein Kürbis. Wie schön die Falle da einfach noch lachen. Aber das müssen ja trotzdem die vorher da irgendwie hin platziert haben, weil woher soll auf einmal den ganzen Stachel dran... Ja, ja. ...fällig näher kommen. Und da geh ich aus. Das können wir jetzt auch mal hier schon einkaufen. Und erbittlich. Moment, wieso kann ich da andere nicht mitnehmen? Äh? Äh? Ach doch, jetzt. Muss ich mir so komisch vorknien. Jetzt geht's. Hast du jetzt aber auch nix gesehen, oder? Nö. Ich muss jetzt mal gucken, soll ich mir mal Vorschaubilte da weg? Erstmal zum Ausgang gehen. Oh. Oh, 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 wat? Nein, ich hole noch ein paar Punkte. Du, 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 das ging ab. Du, 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 das ging ab. Das war ne schöne Runde. Ja, schee gemacht. Alle auch nur einmal gestorben. Das stimmt. Oh my god, nein. Scheiße. Ich hänge fest. Niemals. Warte, ich lösche es. Ich bin nicht dahinter für verantwortlich, dass der ganze Wald brennt. Puh, Glück gehabt. Komm, ich bin so nett. Ich mach noch ein paar Wolken, damit es mehr regnet. Du hast nen Fein im Kasten. Boah. Du kannst keine Abenteuer mehr erleben. Ja. Verdammt, meine Abenteuer. Blöd. So, wat haben wir denn? Zwei. Zwei. Plus die anderen eigentlich, die uns eigentlich auch gehört haben. Die sind einfach so gestorben. Schweine. Oh, zwei Kills. Und ein Assist. Zwei Kills. Bestimmt. Ja. Schön gemacht. Wenn ihr euch gefallen haben, lasst gerne ein Like. Abonnieren können wir natürlich nicht vergessen. Und morgen um 13.20 Uhr schauen wir mal einschalten. Tschüss. Tschüss.